ARD Text im Auftrag von Funk Ich habe euch erwartet. Kannst du uns jetzt hier helfen, einen Weg zu finden, dass wir alle rauskommen? Wir, der alle rauskommt. Kosta! Kosta, wir brauchen deine Hilfe. Wir sind hier zugemauert. Hey! Kosta ist ein Verräter, der fühlt uns die ganze Zeit nur an der Nase. Euch aufhalten. Warum sagt ihr euch das tun? Würde dich nicht enttäuschen. Niemals. Wenn nicht mit uns ist, ist es gegen uns. Kosta, wir haben noch so viele Fragen. Warum hilfst du uns denn nicht? Egal was ich dir erzähle, du würdest es nicht verstehen. Denk er schn Rex schna, Wolltre Hüte Sagn, Dich Hamburg ist großart und��� Xin